Du musst jeden Tritt rausreiten. Du musst jeden Tritt rausreiten. Du hast den Rücken fest. Jetzt haben wir den so ein bisschen abzugt, dass er dann schön zum Sitzen kommt, dass er auch mal schwingt. Wie viel soll er anfassen? Wenn du immer so gut machst, machst du den momentan noch so. Im Arbeitszentrum. Antraten, C, rechte Hand. B, halbe Rechte, rechts. X, im Mittelpunkt. Eine Pferdegelänge geradeaus. Dann nach halbe Rechte, links. A, Mittelschritt. F, E, Mittelschritt durch die Halbbahn. Nächste. E, bei Erreichen des Hufschlages im Arbeitstempo antraten. H, im Arbeitstempo rechts angaloppieren. B, E, B auf den Mittelschrögel geritten. Einmal herum. Dabei zwischen E und B überstreichen. B, ganze Bahn. F, vor der kurzen Seite, Arbeitskraft. K, X, M durch die ganze Bahn wechseln, dabei bitte verlängern. M, Arbeitszentrum. M, Arbeitszentrum. C, im Arbeitstempo links angaloppieren. E, B, E, B auf den Mittelchrögel geritten. Eineinhalbmal herum. Zwischen E bis B und E die Galoppsprünge verlängern. B, Arbeitszentrum. B, Arbeitszentrum. B, Arbeitszentrum. Ganze Bahn. C, X, C auf den Zögel geritten. Dabei Leichttrappen und Zügel aus der Hand kauen lassen. C, ganze Bahn. B, Arbeitszentrum. B, Arbeitszentrum wieder verkürzen. Aussitzen. H, X, F durch die ganze Bahn wechseln. A, auf die Mittellinie abwenden. Einmal wieder. B, Arbeitszentrum. Auf die Alm, Recher. Nix halte, grüßte Auszahlung. Im Mittelschritt am langen Zügel wallen convicted. Ich muss auf einmal. Um´zeln. Bis zum nächsten Mal.